Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute mit Tobi zusammen Quick Bad Wars. Ja, habe ich ganz vergessen. Es wird spät, Leute. Also es ist jetzt schon 20 nach 1. Und nachts, morgens, also. Das habe ich jetzt tatsächlich von unseren Zuschauern erwartet, dass sie diese Rechnung, ach, dass sie diese... ...dass sie diesen Gedanken haben. Diesen Gedankengang. Wenn ich sage, es wird spät. Ja, reicht. Ich bin nicht in der Base. Ich auch nicht. Primax ist da. Genau, der ist übrigens mit dabei. Das war der eine aus dem Video, wo ich Tobis... ...Wirken, wo ich Tobis Wirken die ganze Zeit kommentiert habe, weil ich etwas früher gestorben bin. Von Primax ist am Chor. Da hat er mich so schön runtergeboxt. Werde ich ihm nie verzeihen. Okay. Auch nochmal ein bisschen Zeit. Wir haben sieben Minuten gerade gehabt. Also sind bei 6 Minuten 35. Und das ist nicht schlecht. Tom, komm mal her. Na, warte. Ich hole gerade neue Zeit. Lass mal über 10 Minuten kommen. Das wäre natürlich... ...da kommt einer. Äh. Der ist gerade runtergefahren. Ach so. Okay. Und ändert sich, du bist eine Null. Und wir sind bei 47. Ah, ich brauche neue Zeit. Wenigstens... Wenigstens... Wenigstens über die sieben Minuten. Das ist so machbar, oder? Alter, übertreib halt. Nur 10 Sekunden habe ich jetzt. Oh nice. Primax hat diese schönen Speed-Teppiche gemacht. Ah, hier nochmal 10 Sekunden drauf. Leute, so spielt mein Quick-Bad Wars. Die ganze Zeit-Deliveries. Hast du auch Zeit? Ja. Oh lai. Speed-Teppiche sind ja mega nice. Wie viel Zeit hast du denn? Oben. Hinter dir. Ja, ich weiß. Ich bringe Zeit zurück. Junge, wieder nur 6 Minuten. Irgendwas. Nein. Okay, das war ein Problem. Hab ich dann ganz gut geholfen. Hier, ich schmeiße Gold und sowas hin. Ich habe hier jetzt ein Diaschwert. Which is a pretty nice thing. Or isn't it? Hier, Gold. Kannst du ein Eisenschwert von mir holen? Das bin ich nicht. Nein, ich habe es jetzt aber dahin geworfen. Der Primex hat es gerade wieder gelobbt. Deswegen dachte ich mir, werfe ich das halt einfach irgendwo hin. So, dass es irgendjemand verwertet. Tobi braucht Hilfe in der Mitte, eventuell. Wobei, ich bin ja so ein Boss, ich komme hier alles weg. Okay, ich habe ein Diaschwert. Aber es bleibt mal unter uns. Nice. Okay, komm zurück mit Zeit. Und zwar 50 gute Sekunden. Könnte einer kommen? Pass mal auf. Der ist hinter dir gewesen. Gut, dass Primex und ich aufgepasst haben. Ja, ich habe gesagt, pass auf. Dann dachte ich, du sagst mir Bescheid, wenn du das weißt. Ja, wusste nicht. Oder hat aber auch alles funktioniert. So, ich habe nochmal 40 Sekunden. Könnte wieder einer hinter mir sein. Sagst du mir Bescheid? Ja, ist er auch. Ja, der baut unser Speedteppich ab. Du hast einen Drecksack. Ich komme einfach nicht über die 7 Minuten. Das macht mich fettig. Ehrlich. Ja, was braucht du aus sowas? Das war eigentlich nicht. Das war der Gegner. Nein, da war gerade nur einer. Deswegen wollte ich da drüber springen. Der Hurensohn hat mir Zeit geklaut. Da oben. Da oben. Ja. Den töten wir. Komm her. Loll, macht das Tier einen Schwertrückstoß. Oh. Loll, das bist du ja du. Da ist einer bei uns. Ja. Fuck, der ist ein Ficker. Komm, renn, renn, renn. Ich bin auch direkt da. Ja. Boah, letzte Sekunde. Alles cool. Primax. Wir sind doch gute Mates. Ah, ich kann auch nochmal bei dem Anlass 20 Sekunden drauflegen. Chillig. Alle Betten kaputt. Wir haben noch sechs Minuten. Dann mal gucken, was wir jetzt gekillt bekommen hier. Der blaue Gehör. Ich will einen blauen. Na, der gehört mir. Loll. Tobi, als ob den der wieder draufgekickt hat, sehe ich raus da aus. Okay, ist unten. Primax. Jawohl, den habe ich gekriegt. Oben geht er nach uns. Ich frage mich, wie zur Hölle ich den bekommen habe. Ich habe einfach irgendwo hingeschlagen. Oh, hier ist eine grüne. Bei uns. Natürlich. Yo. Boah, der ist hier. Na. Ich gehe nicht hin. Okay, jetzt gehe ich auch. Jetzt will ich den Kill. Fuck. Scheiß Speed. Ich wollte ihn nicht kaufen. Junge, mein Diaschwert macht sowas von Rückstoß. Ich weiß. You want to leben. Und dann halt auch noch den üblen Damage dazu. Sack, nochmal. 50 Sekunden. Komm. Wie weit können wir die Zeit hier boosten? 53, Junge. Bist du ein. Nur so ein bisschen fehlt zu den sieben Minuten. Oh, jetzt. Jetzt. Jetzt werden es über sieben. Shit. Ich habe ihn gerade leider nicht bekommen. Na, warte. Ich will das eben über sieben Minuten boosten. Das war mein Ziel. Ja. Sieben Minuten eins. Nice, Leute. Achievement. Neue Rekord. Bitte like dieses Video. Achievement. Oh, GG. Wow. Ja, Leute. Das war eine Folge Quick Bad Wars. Wieder um die sieben, acht Minuten. Ist ganz gut zu vorproduzieren, ehrlich. Und macht auch Bock, weil das was anderes ist. Es geht schneller und du hast andere Sachen, die du machen musst. Was guckt ihr hier so drauf? Steht ja hier irgendwo der PrimeX. Ein Kian YouTube steht da. Ja, toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, lasst doch mal ein Like da. Und falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. An dieser Stelle bedanke ich mich dann wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.